Live aus Berlin, das Thema bei Anne W. Heute kleiner Lohn, morgen Altersarmut. Versagt der Sozialstaat? Guten Abend, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auch hier in Berlin. Faust Seehofer und Sigmar Gabriel sind immer für einen flotten Satz und auch einen schnellen Politikwechsel. Gut, Seehofer hat jetzt gesagt, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung im Alter in der Sozialhilfe landen würde. Die Hälfte der Bevölkerung, wenn sich jetzt nicht schnell etwas änderte. Und Gabriel findet das auch, dass sich etwas ändern muss. Muss deshalb nun tatsächlich noch mal und zum wievielten Mal eigentlich am Rentensystem herumgeschraubt werden, fragen wir, weil sonst Altersarmut droht. Dazu sind heute Abend bei uns die Putzfrau und Gewerkschafterin Susanne Neumann, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen und SPD-Vizechefin Hannelore Kraft, der Vorsitzende der jungen Unternehmer, die Rentenerhöhungen zulasten der Jüngeren ablehnen, Hubertus Porschen, der Journalist Rainer Hank und der Wirtschaftswissenschaftler, der behauptet, die soziale Marktwirtschaft existierte nicht mehr, Marcel Fratscher. Herzlich willkommen Ihnen allen. Wer heute Mitte 50 ist, für den könnte es im Ruhestand ungemütlich werden. Ein Blick in die Zukunft. In 14 Jahren könnte fast jede zweite gesetzliche Rente eine Armutsrente sein, also eine Rente auf Hartz-IV-Niveau. Das hat jetzt der WDR hochgerechnet. Der Grund, die rot-grüne Rentenreform von 2001. Die größte Sozialreform, die in der Nachkriegszeit gemacht worden ist. Sie sorgte dafür, dass das Niveau der gesetzlichen Rente sinkt und sinkt. Auf heute knapp 48 und im Jahr 2030 eben auf nur noch 43 Prozent des Durchschnittslohns. Doch SPD-Chef Sigmar Gabriel will diesen Kurs nun korrigieren. Das Niveau der gesetzlichen Rente darf nicht weiter sinken, sondern muss stabilisiert werden. Frau Neumann, Sie haben 35 Jahre lang als Putzfrau gearbeitet. Das machen Sie im Moment nicht, weil Sie schwer erkrankt sind und im Moment aussetzen mussten, wollen aber möglicherweise wieder einsteigen. Wenn Sie auf Ihren Rentenbescheid gucken, was steht dann da drauf? Also bei mir steht drauf, 735 Euro sogar, wenn ich bis zum 66.5. Lebensjahr arbeite. So, die Zahlung erschreckt mich nicht mehr. Ich bin an Krebs erkrankt. Das heißt, ich habe überhaupt keine Möglichkeit mehr, diese Jahre vollzukriegen. Sind Sie ganz sicher, weil diese 735 Euro, glaube ich, nachgeschaut zu haben, weil Sie uns den Bescheid mal gezeigt haben, wäre, wenn Sie ab sofort nicht mehr arbeiteten. Stimmt. Wenn Sie aber noch mal loslegen können, dann kommen Sie, glaube ich, auf 903 Euro. Ja, aber ich komme nur auf so eine hohe Rente, in Anführungsstrichen, weil ich schon mal verheiratet war und mir Anteile übertragen worden sind. So, und dann zu dieser Kombination, und weil ich auch zwei Kinder großgezogen habe, schaffe ich es dann, wenn ich eben halt etwas über die Grundsicherung habe. Meinen Sie mit 900 Euro, weil Sie können ja locker hochrechnen davon, was Sie ausgeben jetzt im Monat, dass Sie mit diesen 900 Euro arm sind? Wenn die Mieten, Energiekosten, Unterhaltskosten, es kommt ja keine Lohnerhöhung mehr bei uns wirklich an. Wenn wir jetzt 2,5, 2,8, 3,8 Prozent Lohnerhöhung haben, garantiere ich Ihnen irgendwie Stromerhöhung, sonstige Erhöhung. Es kommt ja gar nicht bei uns an. Und wenn diese Entwicklung so weitergeht und ich hätte dieses Geld zur Verfügung, muss ich mir ja die Frage stellen, was kann ich davon überhaupt noch bezahlen? Genau. Und würde sich das arm anfühlen, meinen Sie? Das weiß ich, dass es arm wird. Nun sagen Sie, Sie haben noch die Rente Ihres Mannes, Sie leben mit ihm zusammen. Und dadurch sind Sie ja besser gestellt noch als manche eine Ihrer Kolleginnen, von denen Sie immer von Ihren Mädels sprechen. Wie wird es denen gehen? Also meine Mädels, wir haben gestern ein wunderbares Seminar gehabt. Und dann, ich war mit der Sendung beschäftigt. Und dann bin ich die ganze Reihe rum. Die landen alle in der Altersarmut. Alle. Auch in den Kreisen, wo ich mich bewege. Es ist ja so, es ist ja die Kraft an der Kasse. Oder die kleine Bäckerei-Gehilfinnen. Also alle Menschen, die unter 11,50 Euro, unter 45 Jahre. Also ich muss 45 Jahre mit 11,50 Euro arbeiten. Dann wäre ich ein kleines Stück über die Grundsicherung. So, wir holen diesen Mindestlohn und 8,50 Euro. Wir feiern das alles als Erfolg. Aber bei aller Liebe, die gehen alle in die Altersarmut. Herr Hank, haben Sie eine Vorstellung davon, wie sich das anfühlen wird für die heute Mitte-50-Jährigen? Von denen Horst Seehofer sogar sagt, es sei die Hälfte der Bevölkerung. Die WDR-Studie sagt, es sind die Hälfte derer, die nur, also im Sinne von ausschließlich, sich auf die gesetzliche Rente verlassen werden und altersarm werden. Haben Sie sich eine Vorstellung gemacht, wie sich das anfühlen kann? Also das, was Frau Neumann gerade erzählt hat, fühlt sich nicht gut an. Und das ist tatsächlich ein Schicksal, das kein gutes Schicksal ist. Das muss man sagen. Aber es ist auch ein Einzelschicksal, von denen es mehrere gibt. Was aber wirklich grob... Einzelschicksal oder mehrere? Einzelschicksal, und es sind nicht nur Sie, wollte ich damit sagen. Aber was grob fahrlässig ist, grob fahrlässig, ist diese Studie, die der WDR, wir sind hier beim NDR, letzte Woche veröffentlicht hat. Und es ist genauso grob fahrlässig, finde ich, wenn Politiker mit dieser Zahl, jeder Zweite wird 2030 in Altersarmut fallen, damit jetzt Politik machen. Warum? Die Zahl ist falsch. Und die Zahl ist nicht nur falsch, weil die meisten Menschen nicht nur ihr einzelnen Anspruch auf die gesetzliche Rente haben, sondern weil es Paare sind, die ein gemeinsames Einkommen, also es wird nicht über Familieneinkommen, sondern nur über Einzeleinkommen gesprochen. Sie ist aus dem zweiten Grund falsch, weil viele Menschen, das ist ja das Beispiel Riester-Rente, weitere Einkommen im Alter haben. Sie haben gespart, sie haben eine betriebliche Altersvorsorge und sie haben Riester. Und sie ist aber letztlich falsch, weil die Grundlage einfach mathematisch falsch ist. Man hat ein Jahr die Einkommen genommen, also alle Azubis, alle Studenten, die man jetzt hat, hat ihr jetziges Einkommen nach 2030 gerechnet und gesagt, damit kann man keine anständige Rente, man fällt unter die Grundsicherung. Aber für die Rente wird das ganze Leben zugrunde gelegt. Also diese Azubis und diese Studenten, die werden im Lauf des Lebens Geld verdienen und das wird sie in eine ganz andere Dimension bringen. Summa summarum, Sie können Experten fragen, hier haben wir auch einen, dann fragen Sie sich ja auch gleich, wen Sie wollen. Egal ob das Max-Planck-Institut in München für Altersforschung, die sagen, drei Prozent sind es jetzt, die von Grundsicherung leben. Und schlechteste Szenarien angekommen, kommen wir auf neun Prozent. Die Caritas, die lebt von der Sorge um die Armen, ist empört über diese Studie. Und die Caritas, der kann man nicht irgendwelche unlauteren Motive da vorwerfen. Also man muss es wirklich so eindeutig sagen, diese Zahlen dürfen nicht in der Welt bleiben, weil sie sind, das ist nicht eine ideologische Frage, das ist schlicht eine faktische und eine mathematische Frage. Frau Kraft, wer übertreibt denn jetzt? Rainer Hank, der sagt, alles schlimm, die Studie ganz schlecht, die wir übrigens nicht gemacht haben, will ich mich jetzt auch nicht total vertiefen. Aber der sagt, es ist eher eine Ausnahme, das, was uns Frau Neumann schildert, möglicherweise eine Ausnahme, die mehrere trifft, aber trotzdem eine Ausnahme. Oder übertreibt Susi Neumann, die ihre Kolleginnen ins Feld führt, Menschen, die sie trifft an der Kasse und sonst wo, die sagen, wir machen uns riesige Sorgen, weil wir mit unserer gesetzlichen Rente später arm sein werden. Naja, ich weiß jetzt nicht, was die Basis dieser Studie ist. Ich weiß nur als Politikerin, ich sehe einen Handlungsbedarf. Wir haben viel getan in den letzten Jahren für diejenigen, die jetzt in Rente sind. Gerade die Rente mit 63, wie sie genannt wird, die Mütterrente, die Höherbewertung der Erziehungszeiten, das war alles sinnvoll. Wir haben noch einiges vor uns, was hoffentlich noch umgesetzt wird, im Koalitionsvertrag steht, Stichwort Lebensleistungsrente. Auch das ist wichtig, dass die, die Arbeiten mehr haben, als die, die nicht gearbeitet haben. Und es ist noch die Angleichung der Renten Ost-West. Aber alles bezieht sich eigentlich auf diejenigen, die in Rente sind. Und die Frage ist, was ist mit denen, die mittel- und langfristig in die Rente gehen? Da haben wir damals, 2001, Veränderungen vorgenommen. Und zwar mit großem Unterstützung aller Wissenschaftler. Ich habe keinen getroffen, der irgendwas anderes gesagt hat. Es hieß, naja, mit der gesetzlichen Rente wird schwierig. Wir haben weniger Junge, wir haben mehr Alte. Sie werden immer älter. Also müssen wir was tun. Und es wurde ein Paket sozusagen auf den Weg gebracht, was hieß, alle sollen sich an der Lösung des Problems beteiligen. Diejenigen, die schon in Rente sind, durch den sogenannten Dämpfungsfaktor. Und diejenigen, die noch in Rente gehen, durch diese Niveauabsenkung. Die Niveauabsenkung sollte aber nicht heißen, dass die dann alle irgendwann bei 43% landen. Wieso? Nee, das sollte ja gekoppelt werden. Wir haben ja drei Säulen. Ich weiß. Wir haben die gesetzliche Rente. Sie meinen, dass sie nicht ausschließlich bei den 43% landen, weil sie zusätzlich privat vor sorgen sollten. Ja, der Gedanke war ja, sie sorgen privat vor, staatlich unterstützt, Stichwort Riester-Rente. Und wir wollten auch die betrieblichen Renten sozusagen weiter nach vorne bringen. Fakt ist, die Riester-Rente hat nicht das gebracht, was wir uns erwartet haben. Wir haben zwar 16 Millionen Verträge und Sie sind auch sicher und bitte alle drinbleiben, weil da so viel darüber diskutiert wird, ist mir das ganz wichtig, weil da gibt es einen Garantiezins. Also nicht raussteigen, weil alle jetzt darüber reden. Die Riester-Rente, da glaube ich, müssen wir nochmal genau hingucken, wie führen wir die in eine gute Zukunft. Bei der gesetzlichen Rente glaube ich, dass man nochmal auf die Niveauabsenkung gucken muss. Die kann so nicht bleiben, da bin ich fest von überzeugt, weil eben die anderen beiden Säulen sich nicht so entwickeln, wie wir das wollten. Die private nicht. Und auch die betriebliche nicht. Weil nur 58 Prozent aller Beschäftigten, sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, haben eine betriebliche Altersversorgung. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann muss man das Gesamtpaket aufmachen und auch an allen drei Stellschrauben nachdrehen. Das heißt, Sie sind wie Horst Seehofer und Sigmar Gabriel dafür, tatsächlich das Rentenniveau einzufrieren jetzt und bei denen, ich glaube, wir sind im Moment bei 48 Prozent des Durchschnittslohns zu belassen. Also ich möchte ein Gesamtkonzept. Ich möchte gerne wissen, was tun wir und wie schaffen wir es, die betrieblichen Renten nach vorne zu bringen. Meine Mutter zum Beispiel ist Rentnerin und hat eine betriebliche Zusatzversorgung und das macht schon erheblich was aus. Leider profitieren davon in erster Linie diejenigen, die bei Großunternehmen beschäftigt sind. Wie schaffen wir es? Kleine und mittlere? Da gibt es eine Haftungsproblematik. dass Sie das Rentenniveau jetzt eingefroren haben? Ich glaube, dass wir das Gesamtpaket betrachten müssen und das Rentenniveau nicht weiter absinken darf, weil wir die anderen Stellen nicht auf das Niveau gebracht haben, was wir erreichen wollten. Riester haben wir damals nicht verpflichtend gemacht, war vielleicht im Nachhinein Fehler, wir haben das damals gewollt und die betriebliche Altersversorgung haben wir nicht weiter nach oben gebracht. Und das muss man einfach feststellen. einfach wissen, dass die Geringverdiener überhaupt nicht riestern können. Es bleibt doch nichts über. Das ist ja nicht so, dass die Geringverdiener es nur seit drei Jahren gibt. Es gibt ja über eine geraume Zeit. Ja, das ist eines der Probleme. Die Versicherungswirtschaft hat gut verdient an den Riesterverträgen. Aus meiner Perspektive auch ein bisschen zu viel. Da ist das Gleichgewicht. Und wenn man sich die riestern oder sich eine Rente noch zusätzlich ansparen, wirklich unter harten Bedingungen, das wird ja auf der Grundsicherung angerechnet. Also meine Freundin sagt zu mir heute mit Recht, ich zahle diese 50 Euro, obwohl sie in der Gebäudereinigung arbeitet. Da muss auf jeden Fall nachgestimmt werden. Ich habe einen unheimlichen Aufwand. Und ich komme aber in die Grundsicherung, dann wird es mir angerechnet. Herr Porschen, Sie sind dagegen, dass das Rentenniveau eingefroren wird jetzt. Warum gönnen Sie Frau Neumann und anderen, die angewiesen sein werden, auf einen höheren Prozentsatz Ihres Durchschnittslohns später nicht, dass Sie sich dann eben auch entsprechend besser stellen? Doch, also in jedem Fall gönne ich das, Frau Neumann. Das ist absolut richtig, was sie sagt. Und es gibt eigentlich auch keinen Satz, den ich nicht so unterschreiben kann, den Sie hier gerade gesagt haben. Ich habe aber noch eine ganz andere Sorge, die mich umtreibt. Und zwar sehe ich genau wie Sie, sehe ich da einen Handlungsbedarf, Sie haben aber einen anderen Lösungsansatz. Wir haben im Moment ein umlagefinanziertes Rentensystem. Heute gibt es drei Beitragszahler, die für einen Leistungsempfänger einzahlen. 2030 gibt es 1,5 bis 1 Bezahler. Der für einen Empfänger einzahlt. Und da ist schon mal ein grundsätzliches Problem. Das heißt, wir müssen definitiv hier das mit Steuermitteln finanzieren. Und wovor ich nur große Sorge habe, es wäre die Last, die dieser Steuern trägt. Welche Generation ist das? Im Zweifelsfall wird das die junge Generation sein. Das, was Gabriel macht und was Seehofer jetzt gerade machen, und das ist noch viel schlimmer fast, das ist politisches Kalkül, gerade bei Seehofer, der jetzt sieht, die AfD rechts zu überholen, schafft selbst die CSU nicht. Und deswegen beschenke ich die größte Wählergruppe und das sind die Rentner. Und das ist ungerecht. Es geht um die Zukunft. Es geht nicht jetzt um die Rentner. Es ist ungerecht und es ist unverantwortlich, was dort gemacht wird, weil sie auch mit den Ängsten der Menschen spielen. Sie sagen den Menschen nicht die Wahrheit. Frau Kraft. Also, erst mal ist es ja nicht richtig, weil es geht jetzt, das habe ich mal versucht darzustellen, wir haben alles, was wir bisher über Rente getan haben in den letzten Jahren, für die jetzigen Rentner getan. Jetzt geht es um die Frage, was ist mit denen, die zukünftig in Rente gehen? Auf was können die sich noch verlassen? Und noch mal drei Säulen. Wir haben das Konzert, stimmt nicht, also muss man dann allen drei Instrumenten Veränderungen vornehmen. Frau Kraft, Sie sagen doch, dass die zweite und die dritte Säule im Endeffekt geschwächt werden sollen. Das ist doch genau der falsche Ansatz. Sie haben gesagt, Riester funktioniert nicht. Ja, aber ich habe gesagt, wir müssen dann nachsteuern, zum Beispiel das, was Frau Neumann gerade dargestellt hat. Oder vielleicht sollte man mal auch überlegen, den Grundgedanken, dass man alle einzahlen. Und wenn Existenten schiefgehen, wenn man eben halt jahrelang nicht eingezahlt hat bei Selbstständigkeit, trotzdem, ich will keinem die Grundsicherung wegnehmen, aber wer zahlt noch ein und wer drückt sich. Jetzt haben wir zwei Vorschläge schon mal auf der Rechnung. Können wir nachher noch durchgehen. Aber vielleicht erst mal, dass wir den nehmen beim Riestern. Wie wollen Sie es ändern, Frau Kraft? Ja, das muss man jetzt nicht genau betrachten. Das, was Frau Neumann eben dargestellt hat, dass das sozusagen angerechnet wird auf die Grundsicherung, das kann so nicht bleiben. Sie hat aber auch gesagt, Sie können sich überhaupt gar nicht das leisten, mit einzuzahlen und viele Ihrer Kolleginnen auch nicht. Ja, wir geben ja eine staatliche Unterstützung und wir müssen da umsteuern. Ich sage noch mal, aus meiner Perspektive haben die Versicherungsgesellschaften zu viel bekommen. Es ist zu wenig bei den Versicherten gelandet, auch da. Also da gibt es viele Ansatzpunkte. Das muss man jetzt in den kommenden Debatten auch miteinander genau besprechen. Aber ich glaube, wir müssen nach wie vor auch die private Säule erhalten und wir müssen sie anders positionieren. Und dann müssen wir bei der betrieblichen Altersversorgung, wenn ich das noch ausführen darf, bei der betrieblichen Altersversorgung dafür sorgen, dass auch diejenigen, die in Kleinen und Bitteln betrieben sind, dass das da auch stattfindet. Und das heißt, da gibt es eben bestimmte Hemmnisse, Haftungsausschlüsse und die Doppelbeiträge, die dann gezahlt werden müssen. Auch das müssen wir verändern. Also es gibt konkrete Ansatzpunkte und über diese Fragen werden wir in allen drei Säulen diskutieren müssen. Gibt es denn eigentlich Einigkeit, Herr Fratscher, dass das Rentensystem jetzt schon wieder zum so und sovielten Male weiß ich gar nicht, verändert werden muss? Oder wäre es besser, nichts zu verändern? Es muss verändert werden, denn wir sind uns, glaube ich, alle einig, Riester ist gescheitert. Es ist gescheitert in dem Ziel, auf der einen Seite wirklich Altersarmut zu vermeiden, also die Betroffenen wirklich zu erreichen, die die Hilfe am meisten brauchen und private Vermögen aufzubauen. Also im Prinzip diese dritte Säule, die private Säule zu stärken. Aber die Bundesregierung hat in den letzten Jahren ja zudem nochmal was Neues gemacht, was eine zusätzliche Belastung ist und meiner Ansicht nach ein Fehler war, nämlich mit der Rente mit 63 und der Mütterrente letztlich 10 Milliarden Euro pro Jahr, die mehr ausgegeben werden. Und das sind Leistungen, die nicht den Bedürftigen zugutekommen. Denn jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat, um Rente für 63 in Anspruch nehmen zu können, sind ja in der Regel Menschen, die das Privileg hatten, das Glück hatten, überhaupt 45 Jahre berufstätig zu sein. Vielfach Facharbeiter. Vielfach Facharbeiter, viele Menschen können das nicht, weil sie unterbrochene Erwerbstätigungen haben, Teilzeit arbeiten, Solo-Selbstständige. Und diese prekäre Beschäftigung ist ja massiv angestiegen in den letzten 10 Jahren. Der Niediglohnsektor. Und sie wird weiter ansteigen. Wir werden weiter in diese Richtung gehen. Viel mehr Menschen, die sowohl prekäre Beschäftigung haben, unterbrochene Erwerbstätigkeit und, das hat auch von Neumann zu Recht angesprochen, die Löhne laufen weiter auseinander. Ja, also um eine ordentliche Leistung im Alter zu bekommen, muss sich ja auch die Löhne ordentlich entwickeln. Und die sind in den letzten 15 Jahren weiter auseinandergelaufen. Aber die Reallöhne, Herr Fratscher, haben sich auf eine dramatisch gute Weise entwickelt über die letzten. Für die oberen 50 Prozent erhalten, nicht für die unteren 50 Prozent. Für die gesamte Spanne kann man bei der Börse nachlesen. Geringere Reallöhne als noch für 15 Jahre. Die Schere geht bei den Löhnen deutlich auseinander. Das bedeutet natürlich jemand im Alter, der heute einen geringen Lohn hat und da keine große Lohnentwicklung hat, wie Sie auch zu Recht sagen, wird dieser Altersarmut nicht entkommen. Deshalb müssen wir auch mehr auf die private Vorsorge setzen. Ich gebe auch Herrn Porschen recht, absolut, dass wir nicht die jüngere Generation noch stärker belasten können. Und deshalb muss gezielte Förderung gerade für die Bedürftigen, und hier muss der Staat deutlich mehr tun. Und Riesda, glaube ich, sind wir uns alle einig, ist gescheitert. Sind wir uns alle einig? Aber die private Förderung beruht immer darauf, dass ich monatlich was von meinem Einkommen abgebe. So. Das wird dann auch in 10 Jahren vielleicht Leute hier sitzen und sagen, das ist gescheitert. Gucken Sie sich die Löhne an, schauen Sie doch mal eine Abrechnung an, wo die für 8,50 Euro Mindestlohn arbeiten. Da haben Sie nichts, am Monatsende das immer einzuzahlen. Das funktioniert nicht. Deshalb müssen wir bei den Einkommen ansitzen. Deshalb müssen vor allem die Einkommen verbessert werden, Menschen eine Chance bekommen, im Berufsleben zu bleiben, länger einzahlen zu können, bessere Jobs zu schaffen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden ohne Frage viel mehr Menschen letztlich in Altersarmut sinken. Deshalb, da müssen wir als erstes ansetzen. Das wäre dann wirklich schön, wenn Sie es auch den Arbeitgebern erzählen. Herr Hunk, Sie waren sich nicht einig mit allen anderen. Das Riesda dringend verändern. Wir hören nicht zu der Gruppe, die jetzt Riesda so in die Tonne trampeln. Und würde generell gerne eine Lanze brechen für die rot-grünen Reformen der Schröder-Regierung. Wenn die Sozialdemokraten das selber nicht mehr machen, müssen es Wirtschaftsjournalisten machen. Es war die beste marktwirtschaftliche Reform, die wir in Deutschland seit Ludwig Erhard hatten. Lassen Sie mich kurz mal... Aber seitdem haben sich doch die Rahmenbedingungen verändert. Nein, nein, nein. Das ist einfach falsch, wenn wir das jetzt sagen. Es hätten sich Rahmenbedingungen... Man wusste, die Langlebigkeit der Menschen, und das ist was Schönes, die wird zunehmen. Das heißt, es gibt immer mehr alte Menschen, die ein tolles Leben haben wollen, das aber längere Jahre hat, die finanziert werden müssen. Man hat gesehen, dass wir das nicht mit der jetzigen Demografie hinbekommen, sondern was haben wir gemacht? Wir haben die Lebensarbeitszeit verlängert auf 67. Aus meiner Sicht ein sehr guter Weg. Wir haben den Menschen gesagt, es reicht nicht, über die gute alte bismarckische Umlage, die zugleich ja den Menschen verspricht, sie am Produktivitätsfortschritt derer, die sie gar nicht selber sind, sondern der Nachfolgenden zu beteiligen, dass das so nicht weitergehen kann, sondern wir privat sparen müssen. Ich bin jetzt bei Riester angekommen. Riester hat das Bewusstsein dafür auf jeden Fall geweckt. Es reicht nicht. Jeder muss selber andere Formen finden, etwas zurückzulegen. Aber Riester jetzt nicht die Falschen? Es Riester die Falschen. Und wie immer, wenn Politik was macht, dann macht sie es zu kompliziert, zu bürokratisch. In der Tat, die Kosten sind viel zu hoch. Das macht die Versicherungswirtschaft, bin ich bei Ihnen. Und sie macht Vorschriften, genau solche Produkte nur zu kaufen für die Versicherungen. Das hat man vermeintlich sicher gefunden, die jetzt die wenigsten Zinsen bringen. Also hätte man den Leuten gesagt, kauft mehr Aktien, gilt aber immer als verpönt, weil riskant, ist es aber nicht, wenn man fürs Alter spart. Also Riester ist im Prinzip der richtige Ansatz, aber er hat viel zu viele Einschränkungen, staatlicher und privater Art, die jetzt ein Problem dabei haben. Aber es gibt eine staatliche Zulage. Was gibt es denn Besseres, als wenn Sie zum Staat auch mal eine Zulage bekommen? Ihre Rede, können Sie gerne mal wiederholen. Ich lad Sie mal gerne bei uns in die IG Bau ein. Da sitzen Dachdecker, Bauarbeiter, Gebäudereinigung, grüner Bereich, so alle, die schwer körperlich arbeiten. Und dann sagen Sie, das war die beste Idee, die Lebensarbeitszeit zu verlängern. So, wie viele von diesen Menschen fallen vorher in die Sozialfalle? Weil wenn sie körperlich nicht mehr können, alles, was sie sich im Leben erarbeitet haben, dann gilt nämlich eine Überprüfung. Die sind alle hin. Und da kann man sich doch nicht hinsetzen, das war die beste Idee. Ich kann ja verstehen, dass so der ein oder andere, der einen Beruf hat, den er gerne mit bis 80 machen möchte, so, aber in diesen handwerklichen Berufen ... Im Schnitt sind wir alle gesünder. Ich weiß schon, über den Dachdecker ist immer geredet worden. Aber Sie können auch die Frau in der Kita nehmen, die nicht mehr auf dem Dach zu sein. Aber er kann ja auch woanders arbeiten, im Baumarkt zum Beispiel. Sagen Sie das unseren Mitgliedern der IG Bau ins Gesicht. Ich lade Sie wirklich ein. Und dann sagen Sie den Leuten so. Und mit Ersatzarbeitsplätzen in kleinen Firmen. Es ist nicht funktionell, dass die im Büro eingesetzt werden. Ersatzarbeitsplätze. Die Jungs gehen alle in die Altersarmut. Und bevor sie ihre Rente kassieren, haben die eine sehr, sehr lange Durststrecke. Und alles, was die sich im Leben angeschafft haben, wird denen angerechnet. Und das letzte bisschen, was sie verdient haben, das geht auch noch weg. Frau Kraft, da Sie eben Herrn Hank sogar an der Stelle unterbrochen haben, wo er dabei war, die SPD mal zu loben, was der dieser Tage gar nicht so oft widerfährt, frage ich mich, wenn Sie das jetzt alles so engagiert verteidigen, dass es nicht mehr funktioniert, frage ich mich, warum erst jetzt? Und warum die eigenen Entscheidungen? Also wenn man noch mal auf 2001 zurückgeht, warum damals? Die Grundentscheidung, drei Säulen, private Vorsorge, halte ich nach wie vor für richtig. Damals fünf Millionen Arbeitslose. Wir erinnern uns noch mal zurück. Damals eine Situation, wo uns alle Wissenschaftler gesagt haben, also ihr könnt mindestens mit einer Verzinsung von 4% rechnen, eher mehr. Die Agenda hat die Leute in Arbeit gebracht, Frau Kraft. Sie waren ja noch nicht fertig. Ich weiß das. Wir sind ja auch schon wieder ruhig. Ich weiß das, dass wir jetzt auf einem Beschäftigungsniveau sind, was es so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Gott sei Dank der Agenda und der deutschen Gewerkschaften. Das ist alles richtig. Dazu gehörte aber auch noch vieles andere, unter anderem den Ausbau der Kita-Plätze. Wir reden ja auch über Altersarmut bei Frauen beispielsweise. Also das Gesamtpaket muss man sich als Gesamtpaket auch betrachten. Aber die Bedingungen haben sich seitdem verändert. Wir hatten die Idee, dass gerade die unteren Einkommen mit einer Zuwendung des Staates dazu angeregt werden, zu sparen. Fakt ist aber so, dass die Löhne, die prekäre Beschäftigung, die Löhne nicht so gestiegen sind, die prekäre Beschäftigung ausgeweitet wurde. Bei der Leih- und Zeitarbeit haben wir auch einen Korrekturbedarf. Die Grundentscheidung war richtig. Sollte bei 5 Millionen Arbeitslosen dazu führen, dass mehr Menschen in Arbeit kommen. Was ist passiert? Es wurde missbraucht zum Lohndumping. Und zwar in weiten Teilen. Also müssen wir da wieder Veränderungen vornehmen. Politik macht nicht irgendwann etwas. Und das bleibt 30 Jahre so bestehen. Wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, müssen wir auch nachsteuern. Aber dann haben wir einen Mindestlohn eingeführt. Und wenn ich eins nur sagen darf, ist mir ganz wichtig. Die Sendung heißt ja auch so. Eins muss man auch deutlich sagen. Rente kann nicht auffangen, wenn es zu niedrige Löhne gibt. Wenn das Gesamtsystem nicht stimmt. Und auch prekäre Beschäftigung. Also diejenigen in Leih- und Zeitarbeit zunehmen. Oder diejenigen mit den Zeitverträgen. Und da müssen wir die Türen, die wir zu weit aufgemacht haben, auch wieder zumachen. Und da habe ich als SPD überhaupt kein Problem damit. Ich sage, wir haben vieles richtig angelegt. Aber jetzt zeigen sich Wirkungen, die wir nicht gewollt haben. Und da müssen wir nachsteuern. Und warum fällt Ihnen das jetzt an? Wir steuern die ganze Zeit nach. Wir haben den Mindestlohn auf den Weg gebracht. Gott sei Dank. Wir haben bei der Rente schon nachgesteuert. Wir haben an vielen Punkten nachgesteuert. Und es war richtig, das zu tun. Und ich das noch mal sagen darf. Die Rente mit 67 bzw. die Rente mit 63 nach 45 Jahren. Ich habe die Erfahrung gemacht, wer mitten im Leben ist, der stellt das nicht in Frage. Und da reden wir nicht nur über den berühmten Dachdecker. Da reden wir über die Frau, die in einer Altenhilfe tätig ist und die Menschen tragen muss und eine schwere körperliche Arbeit hat. Da reden wir auch darüber, dass man in der Kita nicht mehr mit 67 auf dem Bauteppich spielen kann. Ich finde, das ist völlig eindeutig, dass man da Veränderungen vorgehen muss. Das ist nicht eindeutig. Moment, Herr Borschen, erst nach Hand, dann Sie. Es gibt tolle Untersuchungen, gerade über Frühverrentung. Da sagen die Leute vor 63, jetzt reicht es so langsam, wir möchten gerne in die Rente gehen. Macht man dieselbe Befragung, und das wurde methodisch exakt gemacht, drei Jahre später, wenn Sie in der Frühverrentung sind, dann sagt die Mehrheit davon, so haben wir uns das auch nicht vorgestellt. Arbeit gibt Sinn, gibt sehr vielen Leuten Sinn. Schwere Arbeit ist in sehr vielen, nicht auf dem Dach, ist in sehr vielen Berufen mittlerweile keine schwere Arbeit mehr. Es gibt Roboter, es gibt Automatisierung. Arbeit, wir sind gesünder, Arbeit ist leichter geworden. Arbeit ist Sinnerfüllung und ist nicht 19. Jahrhundert. Das müssen wir als Sozialdemokraten sehen. Sehen Sie, das ist das große Pathos der Sozialdemokratie. Wir haben, Herr Borschen, wir müssen natürlich jetzt auch das gewinnen nicht mehr können. Und ein Satz noch, der ist mir ganz wichtig, weil es gibt noch eine Baustelle, die haben Sie gerade angesprochen, das ist nämlich die Erwerbsminderungsrente. Nein, halt, jetzt möchte ich, dass Herr Borschen da zuerst was sagt, weil kommen wir jetzt sonst vom Hölzchen auf Stöckchen. Frau Kraft, wenn ich mal einen Wunsch äußern dürfte, Herr Hangart hat ja eben den richtigen Aspekt angesprochen. Die Säule der privaten Vorsorge, wenn wir über die Riester-Rente sprechen, da gibt es ein Problem. Wo liegt das Problem im Moment? Wir haben eine Niedrigzinspolitik der Notenbanken. Das bedeutet, das Geld der Sparer wird nicht mehr verzinst. Das ist ein Problem, da sind wir uns, glaube ich, einig. Woran liegt das? Das kann daran liegen oder liegt sicherlich daran, dass die bisher risikolosen, bewusst in Anführungsstrichen gesetzten Anlagemöglichkeiten forciert wurden. Warum lockern Sie nicht die Möglichkeiten? Das ist übrigens, was ich mir generell von der Anlagenmöglichkeiten... Ich habe ihn nicht verstanden. Ich möchte gerne, dass das alles in Aktien angelegt werden kann. Ja, in Realwerte, das sind Aktien, die da mitzumachen sind, die großen Blasen irgendwann platzen. Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden, ich lasse Sie doch auch ausreden. Sie haben mehr gefragt, Entschuldigung. Und das ist Mut und Risiko. Und das wünsche ich mir auch von Ihnen, dass Sie nach vorne gerichtete Politik machen. Haben Sie doch ein bisschen Mut und Risiko und das gilt auch für die zweite Säule. Ich habe da Mut, das ist überhaupt nicht mein Problem. Sie wollen nur, dass man mit den Anlagemöglichkeiten mehr ins Risiko gehen kann. Und ich sage mal, wir alle haben eine Finanzkrise durchlebt. Wir haben erlebt, wie groß die Schwankungen dort sein können. Ich finde das Risiko, wenn es um Altersvorsorge von Menschen geht, dieses Risiko dem auszusetzen, finde ich, ist nicht tragbar in dieser Form. Und das ist damals weise so auch ausgerichtet worden. Und die Möglichkeit, wenn Sie sagen, jetzt die Nullzins, bei Rieser ist das ja nicht das Problem derjenigen, die eingezahlt haben, weil die haben Garantiezins. Das Problem haben die Versicherungsunternehmen, weil die natürlich jetzt in eine etwas schwierigere Situation kommen. Das haben Sie aber auch bei allen privaten Anlagemöglichkeiten zurzeit. Gibt es eine Möglichkeit, Herr Fratscher, an Rieser noch irgendwas zum Guten zu verändern? Ich denke, Rieser hilft den falschen Leuten. Also wenn man wirklich darüber spricht, dass man den Menschen hilft, die wirklich in Altersarmut gefährdet sind, haben wir, sehen wir, wissen wir, dass die Menschen, die unter der Armutsgrenze nachher landen werden, ihnen das angerechnet wird. Also für die lohnt es sich nicht. Das könnte man ja abschaffen. Das könnte man abschaffen. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, zum Beispiel eine solidarische Lebensleistungsrente zu machen, also hier eine untere Grenze zu ziehen. Aber wichtig ist die Frage, wie können wir ein Rentensystem schaffen, das zielgenau ist, dass wirklich die Menschen erreicht, die es notwendig haben, das tut die Rieser-Rente nicht. Das tut aber auch die Rente mit 63 nicht vor Kraft. Denn die hilft wirklich nicht den Menschen, die wirklich es nötig haben, die nachher bei der Armutsgrenze liegen, sondern die, die deutlich drüber liegen. Also auch das ist eine Umverteilung, eher von unten in die Mitte oder eher von den Jungen zu den Älteren. Die private Vorsorge ist prinzipiell richtig. Wir brauchen die private Vorsorge, aber das Problem liegt nicht bei den Zinsen, dass wir null Zinsen haben, sondern das Problem liegt darin, dass 40 Prozent der deutschen Haushalte praktisch überhaupt kein Vermögen haben. Der Zins kann bei 10 Prozent liegen, wenn sie kein Geld haben, nichts, worauf sie Zinsen machen können. Da liegt das Problem, Menschen müssen die Möglichkeit haben, Vermögen aufzubauen. Deutschland ist das Land mit der höchsten Vermögensungleichheit bei den privaten Haushalten. Und deshalb brauchen wir ein Rentensystem, das alle drei Säulen hat, eine Stärkung der privaten Rentenvorsorge, die zielgerichtet ist auf die Menschen, die es wirklich nötig haben. Und hier auch die richtigen Anreize setzen, dass nicht dieses Vermögen mehren kann. Aber wirklich das Problem sind die unteren 40 Prozent. Wir sollten es weniger oben sorgen. Ein bisschen künstlich jetzt auf das Vermögen zu kommen. Leute haben auch ein Einkommen. Und die Einkommen sind noch einmal im Moment ordentliche Lohneinkommen. Und das ist eine Entscheidung, wie ich meinen Konsum gestalten will und was ich davon zurücklehne. Das nennt man Sparen. Also jetzt zu sagen, da ist kein Geld da zum Sparen. Aber 40 Prozent haben doch nichts gespart. Was sollen Sie sagen? Die sollen anfangen damit. Die können jeden Monat was zurückgehen. Naja, aber wenn die wenige Einkommen haben, wie sollen die denn Sparen? Also ich bringe demnächst, da willst du mir das auch glauben. Ich würde jetzt wirklich Frau Neumann nicht zum kollektiven Beispiel für alle machen. Nein, aber es sind doch Hunderttausende in unserer Situation. In meiner Situation sind Hunderttausende. Herr Angst, Sie hätten vorhin in der Garderobe mit den Damen sprechen sollen, die die Maske machen. Richtig, da fängt es an. Was bei mir gemacht hat, gut gemacht hat, wie ich finde. Sie hat mir erzählt von ihrer Tochter. Sie hat mir erzählt von ihrer Tochter. Die arbeitet als Krankenschwester und im Schichtdienst und geht mit 1400 netto nach Hause. Und Sonntags und Sonntags. Wenn Sie das haben, davon Vermögen zu bilden, ist in der Tat schwierig. Und ich glaube, an der Stelle muss man auch ansetzen. Das muss man auch so eingestehen. Aber dann können wir einlösen, was wir im Titel ja angetippt haben. Wir haben gesagt, heute kleiner Lohn, morgen Altersarmut. Dann schauen wir uns doch mal an. Und das ist, Frau Kraft tut mir leid, aber natürlich auch ein bisschen das Werk der SPD und Grünen-Bundesregierung, die das im Wege der Liberalisierung des Arbeitsmarktes genau so eingeführt hatten. Immer mehr Menschen haben kein normales, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Das teilte die Bundesregierung auf Anfrage der Linken im vergangenen Jahr mit. Die Zahl der Beschäftigten in Teilzeit, Befristung, Zeitarbeit und Minijobs ist zwischen 2003 und 2013 um mehr als 70 Prozent gestiegen. Ein Beispiel Minijobs. Die Zahl der 450-Euro-Jobs ist laut Bundesagentur für Arbeit von 5,9 Millionen Ende 2003 auf 7,2 Millionen im Januar 2016 angewachsen. Heute hat jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland einen Minijob. Seit Anfang 2015 gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Doch die gewerkschaftsnahe Böckler Stiftung schätzt ein, auch der Mindestlohn schützt noch nicht vor Armut. Frau Kraft gefragt, noch einmal wie eben schon angetippt. Wie glaubwürdig ist es, dass die SPD sich dann jetzt um die Rentner von morgen sorgt, wenn es genau diese SPD war, die das Rentenniveau abgesenkt hat zum einen und genau den Niedriglohnsektor möglich gemacht hat? Ich habe es vorhin schon mal versucht zu erläutern. Wir haben nicht einfach das Rentenniveau abgesenkt, sondern wir wollten, dass sozusagen eine Kompensation in den anderen beiden Säulen stattfindet. Wir stellen jetzt fest, das ist nicht so und dann muss man an das Gesamtsystem noch mal ran. Wir haben Leihe und Zeitarbeit gemacht. Jetzt im April 2017 stellen Sie das fest. Nein, wir sind ja schon dran. Wir haben ja den Mindestlohn gemacht. Wir haben die Rente gemacht. Wir haben die Mütterrente gemacht. Wir haben doch Schritt für Schritt schon Veränderungen vorgenommen. Ich stehe da auch zu. Die Mütterrente und die Rente mit 63, das haben wir ja jetzt auch ein paar Mal angesprochen, helfen doch an der Frage nicht, wer morgen dann in die Probleme braucht. Deshalb sage ich ja, ich würde gerne mit dieser Koalition, ich weiß nicht, ob sie die Kraft aufbringt, jetzt noch dieses Thema anzupacken, was ist mit denen, die morgen und übermorgen in die Rente gehen. Ich weiß, es gibt da ein Problem. Das haben wir jetzt festgestellt. Wir haben bei der Leihe und Zeitarbeit, auch das habe ich erläutert, wir wollten Menschen die Chance geben, in Arbeit zu kommen, als Leiharbeiter sich vorzustellen. Die Hoffnung war, die werden dann fest beschäftigt. Herausgekommen ist ein wachsender Niedriglohnsektor und Lohndumping über Leihe und Zeitarbeit. Deshalb liegt das Thema jetzt auch noch, steht im Koalitionsvertrag und muss noch umgesetzt werden. Die Zeitarbeitsverträge, auch da die sachgrundlose Befristung muss aus meiner Sicht weg, ist mit der CDU, CSU nicht zu machen. Ich halte das für fatal. Wenn es einen Sachgrund gibt, ein Projekt gibt, kann ich das nachvollziehen. Übrigens ist da auch der Staat gefordert. Als Landesregierung Nordrhein-Westfalen gehen wir auch in unseren eigenen Feldern Stück für Stück voran, um diese ganzen Befristungen irgendwann mal wegzukriegen. Die Menschen brauchen eine klare Perspektive. Dann, wenn prekäre Arbeit da ist, kann am Ende keine vernünftige Rente rauskommen. Auch das gehört zu dem Gesamtkonzept dazu. Aber ein Punkt ist mir auch wichtig. Wir reden nicht nur über Arbeit und was macht Lohn hinterher mit Rente, sondern wir reden über die Gesamtbelastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und da sind alle Sozialversicherungen im Boot. Die Krankenversicherungsbeiträge wissen, wir werden steigen. Die Pflegeversicherung wird steigen. Einseitig. Und zwar einseitig. Auch da sagen wir, die Parität muss wieder her. Das heißt, die Arbeitgeber müssen mitbezahlen. Es kann nicht sein, dass alle zukünftigen Steigerungen nur noch von den Arbeitgebern bezahlt werden. Auch das führt zu zusätzlichen Belastungen. Und wir packen die Themen an wie Mietpreisbremse, sozialer Wohnungsbau. Weil wir das Gesamtbild sehen, haben wir an allen diesen Punkten unsere Vorschläge in die Koalition eingebracht. Nicht alles ist durchsetzbar, aber wir werden an den Themen dranbleiben. Herr Porsch, ich fürchte, jetzt sind Sie nicht mehr auf der Seite derer, die sich über mehr Geld freuen. Ja, ich weiß es. Frau Kraft, ich habe... Weil das nimmt uns alles an Kraft. Ich habe das Gefühl, Sie wollen das Problem nicht wirklich an der Wurzel packen. Sie reden über Markteingriffe, Mietpreisbremse, anstatt in die Zukunft gerichtetes Denken zu vermitteln. Aber vielleicht waren die bisherigen Markteingriffe nur für die Zukunftssicherung der Unternehmen gut, Herr Porsch. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo man dann tatsächlich im Sinne der Menschen nochmal umsteuern muss. Herr Porsch, ich klatsche. Ich glaube, dass die Unternehmer in Deutschland, die Familienunternehmer und auch die jungen Unternehmer, dass die eine extrem große Verantwortung tragen für ihre Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, außer Frage gestellt. Und wären die dabei, wenn die Arbeitgeberbeiträge erhöht würden? Das setzt nicht am Kern des Problems an. Das setzt am Kern des Problems der Finanzierung eines Systems an. Genau. Die Finanzierung eines Systems funktioniert über die Höhe der Einkommen auch. Je höher die Einkommen sind, desto mehr kann das System umverteilen. Aber die bestimmt nicht der Staat. Und je höher dann der Beitragssatz ist, umso mehr Geld haben sie im System. Das ist ja genau der Punkt. Da kann der Staat die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Setzen Sie die Rahmenbedingungen auf Wachstum, auf Innovation, auf zukunftsgerichtete Sachen. Diese Themen gehen meines Erachtens komplett vorbei. Schauen wir uns in NRW an. Sie haben kein Wachstum in NRW. Wir sind ja beide aus NRW. Sie haben die wenigsten Investitionen in Bildung in NRW. Und wenn es nicht ums Bildungssystem geht, wo soll man denn sonst ansetzen, um mehr Innovationen zu schaffen in Deutschland? Wir haben in Nordrhein-Westfalen jeden dritten Euro des Landeshaushaltes in Kinderbildung und Familie. Wir haben hier einen ganz klaren Schwerpunkt. Wir haben alles ausgebaut. Sie können nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir investieren in Innovation. Wir sind beim Thema Digitalisierung ganz vorne. Natürlich müssen wir auf die Zukunft gucken. Das kann ich aus erster Hand beurteilen, weil ich in dem Bereich auch tätig bin. Wissen Sie, wie viele Kita-Plätze wir geschafft haben? Wir haben es geschafft, dass endlich genug Kita-Plätze da sind, dass der Rechtsanspruch in NRW gilt. Das hat uns keiner zugetraut für Unterdrei- und für Überdreijährige. Ganz wichtig auch, damit Frauen auch arbeiten gehen können überhaupt. Wir haben den Ganztag ausgebaut und jedes Geld, was ich da ausgegeben habe, dafür muss ich mir im Landtag rechtfertigen, weil CDU und FDP sagen, ich darf nicht so viel Geld ausgeben. Ich finde, da beißt sich irgendwann die Katze in den Schwanz. Es muss nach vorne gedacht werden. Investitionen in Bildung und in Vorbeugung. Das ist unsere Politik. Das machen Sie nicht ausreichend. Und wissen Sie, was ich das Schlimme daran finde? Ich habe einen Riesenrespekt für ihn. Gucken Sie sich mal meinen Haushalt an. Ich lade Sie mal ein, dann können Sie sich die Struktur mal angucken. Ich lade Sie auch gerne in mein Unternehmen ein. Dann sprechen Sie mal mit den Kolleginnen von mir und den Kollegen. Das mache ich dauernd. Was die über ihre Rente glauben. Wir dauern den Unternehmen. Jetzt lassen Sie mich bitte ganz kurz zu Ende reden. Das Problem an der ganzen Sache ist doch, dass Sie nicht zukunftsgerichtet denken. Überhaupt nicht. Genau, dass Sie sich die Fehler auch nicht eingestehen können. Und ich als Unternehmer und meine Kollegen, wir machen jeden Tag Fehler. Und Sie gestehen sich nicht einen Fehler an. Herr Pausch, ich habe doch gerade eine Menge Fehler eingestanden. Tatsächlich, wenn wir es verstehen wollen, dann müssen wir es konkret machen. Sonst habe ich es nicht verstanden. Vielleicht darf ich Herrn Pausch, dass Sie nicht zukunftsgerichtet denken. Nein, dann wollen wir es gut ordnen. Sie sagen einfach nur pauschal, dass Sie für Innovation sind. Sie sagen pauschal, dass Sie in Digitalisierung investieren. Das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein, was Sie da machen. Wir haben den Haushalt für Innovation und Forschung seit 2010 um 41 Prozent angehoben. Die Schwäche im Bereich F und E, die haben wir im Bereich der Unternehmen. Und das Nullwachstum kommt daher, weil bestimmte große Branchen, die in Nordrhein-Westfalen wirklich einen Großteil der Beschäftigung auch ausmachen, leider in einer schwierigen Situation sind, nämlich die Grundstoffindustrie. Diese Rahmenbedingungen, die kreiere ich nicht in Nordrhein-Westfalen. Wenn es der Stahlindustrie, Überkapazitäten und Dumpingstahl aus China kommt, da kann ich das nicht in NRW direkt konterkarieren. Das Gleiche gilt für Öl und Papier und Problembereiche in vielen anderen Fällen. Auch die Energiewirtschaft. Ich kann, wenn die konventionellen Kraftwerke nicht mehr so viel produzieren dürfen, weil wir, wie wir alle wollen, mehr Erneuerbare haben, dann führt das zu Minus in NRW. Aber wir machen eine zukunftsgerichtete Politik auf Kinder, Bildung und Vorsorge. Sie gestatten mir, dass ich noch mal rausfinde aus den NRW-Zusammenhänge und noch mal weitergucke. Ich weiß, dass Sie antworten müssen, selbstverständlich. Aber jetzt, zack, einmal noch zurück zu unserem Thema, wenn es recht ist. Und wir waren bei dem Punkt, was ist eigentlich passiert in diesem Land durch Eingriffe, die getätigt worden sind, etwa in den 2002er, 1er, 2er und 3er Jahren, bei denen man heute sagt, das kommt nicht mehr ganz hin, das System ist in sich nicht mehr stabil. Sie hatten gesagt, Herr Fratscher, und damit würde ich jetzt gern weitermachen, dass sich dadurch eine Einkommens- und Vermögensverteilung auch dadurch ergeben hat in unserem Land, die Sie für problematisch halten. Herr Hank, warum genau sehen die Sie eigentlich nicht? Und jetzt komme ich zurück auf den Film, den wir hatten, über den Niedriglohnsektor, der Ihnen ein bisschen ein Gegenargument liefert zu Ihrer Einschätzung, als Sie gesagt haben, was ist denn los? Die Einkommen haben sich doch top entwickelt. Also, kein Gegenargument. Wir wollten durch die von mir mehrfach schon gelobten Agenda-Reformen Menschen aus der Arbeitslosigkeit rausbekommen und wollten sie in Arbeit bekommen. Dass wir damit eine Lohnspreizung zusätzlich auch bekommen, finde ich, ist eine logische Konsequenz daraus. Und finden Sie eine richtige Konsequenz oder eine problematische? Und ich finde das eine richtige Konsequenz mit dem Argument, dass ich vorher... Nicht gut, eine notwendige Konsequenz, weil es immer noch, auch ein großer Satz, besser ist Arbeit zu haben, als keine Arbeit zu haben, weil wer Arbeit hat, bessere Entwicklungsmöglichkeiten hat, weil Arbeit, zitiere mich selber noch mal, auch eine andere Form der Seenerfüllung ist, als keine Arbeit zu haben. Es ist aber auch eine Entwicklungsmöglichkeit. Wir haben in Deutschland... Was habe ich denn falsch gemacht? Wir haben in Deutschland kein ungleiches Land. Was habe ich denn falsch gemacht? Da bin ich anderer Meinung als Herr Fratscher. Die Einkommen in Deutschland gehen, so wie sie am Markt verdient werden, auseinander. Aber anders als der Titel dieser Sendung, wir haben einen ausgebauten Sozialstaat. Und was macht der Sozialstaat? Er komprimiert, er presst die Einkommen zusammen. Eine Zahl, die diese Woche, dann lassen Sie mich diese eine Zahl noch sagen, die OECD in der wirklich tollen Studie Taxing Wages gebracht hat. 50 Prozent, die Hälfte dessen, was die Menschen verdienen, geht an Staat und Vorsorge, wird also umverteilt. Wenn das kein humaner Sozialstaat ist, das im Grunde die Hälfte, 50 Cent von jedem verdienten Euro, wirklich für die Allgemeinheit ausgegeben wird, dann weiß ich nicht, das ist nicht das Problem. Sagen Sie also, warum haben Sie dann ein Ungleichheitsproblem, Herr Fratscher? Das ist ein Problem, weil den Menschen erst einmal die Chance genommen wird, eine ordentliche Ausbildung zu bekommen, eine ordentliche Bildung zu bekommen, einen ordentlichen Job zu bekommen. Und dann sind sie im Prinzip angewiesen auf staatliche Leistungen, weil sie nicht die Qualifikation bekommen, um mit ihrer eigenen Hände arbeiten, einen ordentlichen Lohn zu erzielen. Ich gebe Ihnen recht, es ist wichtig, als ersten Schritt Menschen in Arbeit zu bringen, aber dann muss ein zweiter Schritt kommen. Aber ich habe doch meinen Lebtag gearbeitet. Die Schuld liegt auch nicht bei den Unternehmen, die Schuld liegt auch nicht bei den Unternehmen. Die Unternehmen investieren, die stehen im internationalen Wettbewerb. Und ich glaube, es ist auch nicht so einfach zu sagen, das ist die Schuld der Unternehmen. Und ich glaube, Frau Kraft, ich muss Ihnen entschieden widersprechen, der deutsche Staat, und das gilt für alle Bundesländer, aber auch für den Bund, investiert nach wie vor viel zu wenig in Bildung. Im internationalen Vergleich stehen wir hinten dran. Gerade im frühkindlichen Bereich tun wir viel weniger, tun wir die Hälfte von dem pro Kind, was die skandinavischen Länder tun. Wir geben viel zu wenig in Infrastruktur aus. Auch in Nordrhein-Westfalen verfällt die Verkehrsinfrastruktur. Also das belastet die Unternehmen, das reduziert die Leistungsfähigkeit. Das bedeutet auch, Unternehmen können geringere Löhne zahlen. Also auch das kommt im Prinzip dann wieder nicht bei den Menschen an, die es benötigen. Also es geht hier, wir müssen, ich gebe Ihnen recht, Leute müssen in Arbeit gebracht werden, aber diese hohe Umverteilung durch den Staat als Erfolg darzustellen, da würde ich Ihnen entschieden widersprechen. Schauen wir uns doch die Situation im Moment mal an. Dann muss man sagen, und dazu hat Frau Neumann gerade die schöne Frage in die Runde ein bisschen leise reingerufen, weil die will ich gleich nochmal drauf zurückkommen, dass sie gesagt hat, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht. Denn im Moment ist der Zustand in unserem Land so, dass man sagen muss, wer arm ist, der bleibt in der Regel arm. Wohlstand für alle? Nein, Wohlstand für wenige, sagt unser Gast Marcel Fratscher. Deutschlands soziale Marktwirtschaft, in der die soziale Sicherung aller Bevölkerungsgruppen gewährleistet war, existiert nicht mehr, schreibt er in seinem aktuellen Buch. Zahlen des Bundesarbeitsministeriums. Im Jahr 2013 besitzen die obersten 10% der Haushalte mehr als die Hälfte des Nettovermögens. Die unteren 50% dagegen besitzen nur 1% des Vermögens. Marcel Fratscher hält fest, Deutschland ist heute eines der ungleichsten Länder in der industrialisierten Welt. Warum, Frau Kraft, hat die Politik das zugelassen? Naja, wir haben ja mehrere Vorschläge dazu auf den Tisch gelegt bei der letzten Bundestagswahl noch, Erbschaftssteuer und Vermögensteuer. Die Erbschaftssteuer hart immer noch ihre Umsetzung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß immer noch nicht, wie wir es jetzt hinkriegen, das, was das Verfassungsgericht vorgelegt hat, auch wirklich in Realität zu bringen. Es scheint ja immer so zu sein, dass CDU und CSU irgendwie versuchen, das so zu gestalten, dass es garantiert beim nächsten Mal wieder scheitert beim Verfassungsgericht. Ich möchte eine Erbschaftssteuer, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube auch, dass wir ein Verteilungsproblem haben, an das wir ran müssen. Aber ich darf noch einmal einen Satz zur Bildung sagen, weil es ganz wichtig ist. Wir geben seit 2010 mehr aus für Bildung in Nordrhein-Westfalen, bei einem Haushalt von ungefähr 70 Milliarden. Das zeigt, wir haben hier einen klaren Schwerpunkt gelegt. Ich kann nicht mehr dafür ausgeben. Ich muss auch noch die Kommunen finanzieren. Ich muss noch sonstige Aufgaben wie innere Sicherheit finanzieren. Und ich habe einen Rahmen, der heißt, keine weiteren Schulden ab 2020. Ich halte den Kopf dafür hin, dass wir diesen Weg zur Nullverschuldung langsamer gehen als andere, weil wir in Bildung, weil wir in Vorbeugung investieren. Kein Kind zurücklassen heißt eben, vorbeugende Strukturen, damit die Kinder überhaupt eine Chance haben, auf einen guten Bildungsweg zu gehen. Wir können nämlich nämlich erst mit Kita und Schule beginnen. Wir müssen viel eher beginnen. Auch das haben wir gelernt. Und deshalb ist das für mich so wichtig. Herr Hank, Sie sind aus einer Familie gekommen, bei der nicht zwingend wahrscheinlich war, dass Sie Abitur machen würden. Ihr Vater war Hausmeister. Warum haben Sie es geschafft, Abitur zu machen? Weil ich Mitschüler in der Schule hatte, die aus anderen Familien kamen und gesagt haben, für uns ist es selbstverständlich, ins Gymnasium zu gehen. Weil mir Lernen Spaß gemacht hat. Weil ich neugierig gewesen bin. Weil das Lernen auch eine Art von Selbstbestätigung gewesen ist. Ich habe gedacht, dann will ich dann mehr davon haben. Und weil die Eltern es nicht gefördert, aber auch nicht verhindert haben. Und weil ich dann im Studium auch Stipendien von den umverteilten Geldern des Sozialstaates bekommen habe. Und die anderen Kinder, die Sie mitermutigt haben, waren das Kinder aus einem Haushalt, wo Abiturienten waren oder Akademikereltern? Oder waren das auch, wenn man so will, Arbeiterkindern? Die Ermunternden waren Akademikereltern, waren reichere Eltern, waren Eltern, für die es im kulturellen, familiären Kontext viel normaler gewesen ist, dass man viel selbstverständlich war. Für mich war es nicht selbstverständlich. Man muss den Pfad ja auch erst mal gezeigt bekommen. Ich glaube, so geht Aufstieg und so geht Aufstieg auch bis heute. Frau Kraft, ich will Ihre Geschichte noch kurz, bevor ich dann auf die Zahlen komme, die uns sagen, dass Aufstieg heute vielleicht so nicht mehr geht. Frau Kraft, Ihr Vater war Straßenbahnfahrer, Ihre Mutter war Straßenbahnschaffnerin. Sie haben eine riesige Familie mit mehr als 30 Cousinen und Cousins. Und Sie und noch jemand anders, Sie aber, glaube ich, als einziges Mädchen aus dieser großen Gruppe, haben Abitur gemacht. Wie haben Sie das geschafft? Ich hatte das Glück, eine ältere Schwester zu haben, die sozusagen vier Jahre vor mir war und die klassischerweise als Arbeiterkind erst mal zur Hauptschule geschickt wurde, egal wie gut sie in der Schule war. Und an der Hauptschule gab es einen Lehrer, der dann gesagt hat, die ist hier falsch. Und dann hat man sie auf die Realschule geschickt. An der Realschule hat man gesagt, die ist hier falsch. Und dann ist sie zum Gymnasium gegangen und hat dann allerdings da mit Ermittlerenreife aufgehört, hat aber dann noch weiter über Bildung auch ihren Aufstieg gemacht. Ich hatte vier Jahre sozusagen hinterher, habe ich dann selbst entschieden, wenn ich das heute rückblickend betrachte, ich gehe direkt zum Gymnasium. Und meine Eltern, die waren zögerlich, weil sie gesagt haben, wir können dir nicht helfen. Wir können keine Nachhilfe finanzieren, wir können dir überhaupt nicht helfen. Und das ist sozusagen, du versuch es, aber du musst sehen, dass du da alleine durchkommst. Und dieses alleine, auch damals schon, war nicht einfach. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Ich war dann an einem Gymnasium, wo von 40 Schülern 5, 6 aus einer Arbeiterfamilie kamen. Und da gab es einen großen Abstand. Also auch was das sozusagen kulturelle Lernen anging. Und daraus haben wir gelernt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt Talentscouts auf den Weg geschickt. Wir wollen, dass sozusagen Horizonte eröffnet werden. Ich glaube, dass wir diese Wege gehen müssen. Dass wir eine Verbindung zu den Eltern sehr früh brauchen. Aber die Fremdsporren doch auch an, Frau Kraft, oder? Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht auch kündige. Aber Sie kommen da gar nicht erst hin. Also ich glaube, das muss man sehen. Sie hatten die Mitschüler, die Sie mitgezogen haben. Aber viele kommen eben gar nicht erst dahin. Und deshalb brauchen Sie eine Unterstützung. Jetzt ist es so, wenn wir uns nur mal, und das ist ja übrigens nicht der einzige Weg, mit dem man eine Karriere machen kann, wenn man das Abitur gemacht hat. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber es ist jetzt mal eine Kennzahl vielleicht, bei der wir bleiben, oder ein Zustand. Da war es 1985 noch so, das finde ich eine interessante Zahl, dass 37 Prozent der Kinder, die Abitur machten, aus einer Familie kamen, in der die Eltern maximal einen Volkshochschul- oder einen Hauptschulabschluss hatten. Heute oder in 2012, das sind die letzten Zahlen, die wir gefunden haben, sind es nur noch 9 Prozent. Das heißt, es klappt nicht mehr so gut, wenn vielleicht auch die Grundgesamtheit der Kinder, die Abitur machen, höher geworden ist. Lässt sich das wieder umkehren und in den Zustand zurückbringen, von dem Herr Hank und Frau Kraft profitiert haben? Mit Geld, ja. Erstens mal, ganz wichtige Feststellung ist, es hat sich über die Generationen verschlechtert. Die Chancen, die sie beiden hatten, so schwierig es auch gewesen sein mag, ist heute ungleich schwerer. Nehmen Sie ein Beispiel. Heute wird 20 Prozent der Bildungsausgaben werden privat getätigt, von den Eltern. Aber natürlich nur von denen, die es sich wirklich leisten können. Das heißt, hier wird die Schere noch mal größer. Und der Staat, die Politik, tut eigentlich nichts, um diese Schere wieder auszugleichen. Das fängt gerade bei der frühkindlichen Bildung an, in den ersten sechs Jahren. Das sind die wichtigsten, entscheidenden Jahren. Und hier gibt Deutschland einfach viel zu wenig aus, investiert zu wenig. Aber liegt es wirklich an Geld, Herr Fratscher? Weil weder Frau Kraft noch Herr Hank sind wahrscheinlich mit unter drei in der Kita gewesen. Nein, ich war gar nicht in der Kita. Es hängt was mit Geld, aber natürlich auch mit dem Bildungssystem per se zusammen. Das heißt zum Beispiel, es fehlen Ganztagsschulen, es fehlt Betreuung. Wer hilft den Kindern bei Hausaufgaben, wenn es die Eltern nicht können, weil sie entweder arbeiten müssen oder es gar nicht können? Haben bei den beiden ja auch nicht wahrscheinlich geholfen, die Eltern. Ja, es gibt sicherlich Ausnahmen. Aber Tatsache ist, gerade Kinder aus bildungsfernen, sozial schwachen Familien profitieren extrem stark von einer besseren Kita-Qualität. Das gilt für Kinder aus Akademikerfamilien nicht. Gerade Kinder aus sozial schwachen Familien profitieren von Ganztagsschulen, von Hausaufgabenbetreuung. Und natürlich das Schulsystem ist extrem undurchlässig. Das, was Sie von Ihrer Schwester beschrieben haben, ist eine extreme Ausnahme. Wenn ein Kind mal auf die Hauptschule geschoben wird, ist es unglaublich schwierig, hier einen Aufstieg zu schaffen. Und es setzt sich fort bis ins Berufsleben. Denn auch im Berufsleben werden natürlich vielen Menschen aus sozial schwächeren Hintergründen Hürden in den Weg gelegt. Und lässt es sich umkehren? Es lässt sich umkehren. Da brauchen wir ein grundlegendes Umdenken in unserem Bildungssystem. Viel mehr Investitionen in frühkindliche Bildung. Da werden die Stellschrauben, die Weichenstellungen gestellt. Mehr Ganztagsschulen, mehr Durchlässigkeit des Schulsystems, gezieltere Förderung, gerade von Kindern, die diese Hilfe benötigen. Und letztlich auch im Übergang in den Beruf oder zum Beispiel beim Studium. Hat wieder was mit Geld zu tun. Universitäten sind kostenlos. 70 Prozent der Akademiker-Kinder gehen zur Uni. Nur 20 Prozent der Nicht-Akademiker-Kinder. Aber Kitas frühkindliche Bildung kostet manchen doch eine ganze Menge Geld. Also auch hier brauchen wir ein Umdenken, die Frühen zu entlasten, Familien zu entlasten, die das Geld nicht haben. Also wir brauchen ein grundlegendes Umdenken in unserem Bildungssystem. Frau Kraft, Sie verwenden sich ja dafür in NRW, glaube ich, und Sie haben es eben auch erkennen lassen. Aber bei Ihnen ist es auch so, dass nur 37 Prozent, wenn ich es richtig weiß, der unter dreijährigen Kinder in Kita oder zu einer Tagesmutter gehen. Wenn wir annehmen, das behauptet Herr Fratsche, andere sehen es anders, dass es wichtig ist, dass Kinder sofort rausgeholt werden aus ihrem Umfeld. Zumal dann, wenn es nicht förderlich ist. Warum kriegen Sie es nicht besser hin? Woran liegt das und wie geht dann die Erklärung dafür? Zunächst mal ist Kita freiwillig. Ja, ist das falsch? Ich glaube, wir haben damals bewusst die Entscheidung getroffen. Es war ja eine riesenpolitische Diskussion auch. Ich glaube, dass man den Eltern nach wie vor überlassen sollte, was sie tun. Wir müssen nur dafür werben, dass sie ihre Kinder verstärkt in die frühkindliche Betreuung geben sollen. Bei uns ist das beispielsweise in Nordrhein-Westfalen hat traditionell eine niedrige Frauenerwerbsquote. Und wir haben einen hohen Migrantenanteil. Die 37 Prozent, die sagen zum Beispiel überhaupt nichts darüber, ob das gut oder schlecht ist, weil die 37 Prozent sind diejenigen, die einen Platz haben wollten und einen bekommen. Wir haben ja einen Rechtsanspruch, sowohl über drei als auch unter drei. Jeder Kita-Platz wird von uns finanziert. Die Kommunen klagen nicht, sie hätten dafür zu wenig Geld. Es steht zur Verfügung. Die Eltern klagen auch nicht. Es gibt keine Klagewelle. Aber es wird weniger nachgefragt. Und dafür müssen wir gemeinschaftlich werben. Werben, aber sonst nichts verpflichtend zum Beispiel. Das wollen Sie nicht. Ich glaube, dass man das nicht vorschreiben sollte. Ich glaube, dass man werben muss und noch stärker werben muss. Und das tun wir auch. Und auch auf Qualität setzen muss und auf Flexibilität in der Kita. Das sind die Schritte, die wir da auch gehen. Also nicht nur Plätze ausbauen, sondern auch auf Qualität schauen. Vorhin bei den Zahlen ist mir doch wichtig zu sagen, wenn Sie auf die regionalisierten Daten gucken, wer schafft denn den Durchgang, dann sind wir da in Nordrhein-Westfalen gut. Wir sind besser als andere. Wir schaffen mehr, auch weil wir hier eine klare Strukturveränderung im Schulsystem vorgenommen haben und genau versuchen, diese Hürden zu beseitigen. Aber wir brauchen mehr Geld. Und da läuft ja seit Langem die Debatte, ob der Bund sich nicht stärker an den Bildungsausgaben beteiligt. Stichwort Kooperationsverbot. Es geht eigentlich nur noch um das Wie. Aber es wird Zeit, dass das endlich passiert. Herr Hanks, sehen Sie das auch so, dass es am Geld mangelt, um eine Gesellschaft wieder anders aufzustellen, sich so aufzustellen, dass Frau Neumann nicht fragen muss, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht, sondern dass allen Menschen in dieser Gesellschaft eine echte Chance eröffnet wird? Ich finde schon, Chancengleichheit ist ein großes Ziel. Ich sehe es nicht so, dass die Chancengleichheit so zurückgegangen ist wie einige andere hier in dem Kreis. Ich sehe vor allem nicht, dass es mit Geld verändert werden kann. Wir können in dem Geld, das wir ausgeben, umverteilen. Da wäre ich wieder bei Herrn Fratsche. Es wird sicher zu viel oder jedenfalls sehr viel Geld im dritten Sektor für Universitäten ausgegeben. In der frühkindlichen Bildung wird zu wenig gemacht. Mit einer Korrektur allerdings, Herr Fratscher, es geht nicht darum, Kinder aus den Elternhäusern rauszunehmen. Alle Untersuchungen, die Sie auch zitieren, nämlich diese Pre-School-Untersuchungen aus Amerika, sagen, man muss mit Eltern und Kindern zusammenarbeiten und sich entwickeln. Und zwar früh und vor der Kita. Das gibt, und auch vor der Kita, das gibt die beste Chancengleichheit und hebt Potenziale auch von Humankapital, dass Menschen mehr sich von ihren Anlagen entfalten können, als sie es jetzt können. Also Geld scheint mir nicht der erste Punkt zu sein. Und wenn Geld, dann Umverteilung innerhalb des Geldes, das wir jetzt schon ausgeben, finde ich angemessen, noch einmal in einem Staat, der jetzt schon jeden zweiten Euro umverteilt. Herr Fratscher. Wir verteilen viel um, aber das, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist, dass der Staat immer mehr für Konsum ausgibt und immer weniger für Bildung. Bildung und Investitionen auch in Infrastruktur allgemein. Also, Frau Kraft, in allen Ehren, aber ich glaube, Sie stellen das ein bisschen zu schön dar. Der Gesamtstaat, aber nicht die Länder. Die Länder, Bund, Länder und Kommunen müssen brauchen, wir brauchen eine dringende Umverlagerung weg von öffentlichen Konsumausgaben, hin zu mehr öffentlichen Investitionen in Bildung, in Infrastruktur. Gerade dadurch, dass wir die demografische Wende haben, müssen wir uns ja fragen, immer weniger junge Menschen müssen für die Alten mitverdienen. Deshalb brauchen wir gerade hier mehr Investitionen in Bildung. Aber wie soll ich denn mehr als ein Drittel des Haushaltes noch ausgeben? Ich muss doch noch innere Sicherheit machen. Ich muss noch Justizvollzugsanstalten betreiben. Also, ich habe doch noch andere Aufgaben. Ich muss die Kommunen auch finanzieren. Da fließt ja eine Menge Geld hin. Sie sagen das alles so leicht. Wir sitzen in den Ländern da, und wir müssen damit irgendwie klarkommen, bei einer Nullschuldenbremse, die auf uns zukommt. Frau Kraft, im internationalen Vergleich stehen wir immer schlechter da. Ja, aber ich sage, weil auch der Zentralstaat sich zu wenig beteiligt an den Aufgaben. Ja, aber das, weil Sie als Länder, denen es verbieten, sich zu beteiligen. Nein, das stimmt ja nicht. Sie könnten natürlich auch dem Bund durch eine Grundgesetzänderung die Möglichkeit geben, sich an Bildungsaufgaben zu beteiligen. Wir sind ja gar nicht gegen eine Grundgesetzänderung. Aber ich bin jetzt irgendwie in Falsch der Debatte. Ich habe jetzt gedacht, was habe ich falsch gemacht? Ich habe mit Kindern geboren, ich habe meinen Haushalt gemacht, ich habe meinen Vater zum Schluss noch versorgt. Ich bin immer vollschichtig arbeiten gegangen, außer die ersten fünf, sechs Jahre. Und jetzt kommen wir mal wieder auf den Punkt, ich kann von meiner Rente nicht leben. Es ist ja, dass ihr in der Bildung und so einiges verändern wollt, was auch notwendig ist. Die Schendelkas bei mir im Haus, die haben zwei Kinder, und ich sehe, was die Latzen für Schulausbildung, was nebenher an Kosten entsteht. Aber Sendung heißt ja arm im Alter. Was habe ich verkehrt gemacht? Ich war nie faul, ich habe immer mal Lucht. Und das ist eine Ungerecht. Naja, es hängt schon zusammen, weil diejenigen, die jetzt aufwachsen, ich finde, wir müssen stärker drauf gucken, wie können wir das verhindern, dass sie besser qualifiziert sind. Das haben wir ja im ersten Teil diskutiert. Das haben wir diskutiert. Wir müssen auch über die anderen diskutieren. Und es klang so, Frau Neumann, dass Frau Kraft als Vertreterin der SPD, die zur Bundesregierung gehört, daran etwas verändern will. Wir schauen uns an, was da tatsächlich kommt. Danke für die Diskussion. Die Tagesthemen machen weiter mit Pina Atalay. Was habt ihr vor? Janne Will, der vor 2,5 Wochen verstorbene Hans-Dietrich Genscher wurde heute in Bonn mit einem Staatsakt geehrt. Der Abschied von einem großen deutschen Politiker, das ist gleich ein Tagesthema. Und wir berichten darüber, wie groß die Schäden in der syrischen Weltkulturerbestadt Palmyra sind, aus der Ende März der IS vertrieben wurde. Auch das gleich bei uns. Das also jetzt in den Tagesthemen. Das war es für uns. Nächsten Sonntag, 21.45 Uhr, sind wir wieder dran. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Das war es für uns.